Sie denkt, sie ist die heißeste Kandidatin, die DSDS jemals gesehen hat. Es endet in einem Desaster. Mir wurden wieder aus den Tiefen der DSDS-Archiven die besten und schlechtesten Auftritte rausgesucht und ich stelle sie euch heute vor in El Magis Talent Show. Viel Spaß mit dem Video. Dieser jungen Dame. Also ich heiße Ariane Pohl. Ich bin ein sehr lustiger und verrückter Mensch. Ähm, ja, sehe ich beides auf den ersten Blick tatsächlich Ariane. Ja, Ariane ist tatsächlich unser erster Kandidat am heutigen Tag. Ähm, ja, let's go. Hallo. Meine Freunde haben mich auch alle für total lustig und durchgedreht. Also silberne Schuhe, denn so ein rosa Jumpsuit, ganz Körper. Eins, zwei, drei, schicki, schicki Schweine. Eins, zwei, drei, schicki, schicki Schweine. Also die Jungslings fanden das auch nicht besonders lustig. Okay, wir, wir, wie gesagt, wir gehen hier ohne, wirklich, ohne was rein, ja. Keine Vorurteile. Unvoreingenommen, ja. Genau. Glitzer im Haar. Auf mein Styling lege ich schon ziemlich viel Wert. Das sehe ich. So richtig, auch mega aufgesagt. Deine, die, ihre Wimperntusche. Ne, nicht Wimpern, ihr wisst schon, dieses Augenlid oder Lidschatten, keine Ahnung, wie das heißt. Ist auf jeden Fall in der Farbe ihres Outfits. Nämlich in rosa, no. Sein muss auch nicht sein, aber man muss sich schon was aus sich machen. Eieiei, da kommt sie angestöckelt. Ach du Horror. Was hat er, ach du Horror? Ja, genau wie die geguckt haben, so habe ich auch geguckt. Yes. Eieiei. Wir haben heute noch was auf, wir haben einen straffen Zeitplan, die lässt sich da... Oh nein, die hat nicht Schweißbände an, wo sexy draufsteht. Sie hat nicht Schweißbände an, wo sexy draufsteht. Auf beiden Seiten, in grün und in rot. Eine kleine Einschätzung. Ihr dürft eure Einschätzungen vor jedem Auftritt gerne in die Kommentare schreiben und danach auch vielleicht schreiben, würdet ihr ein Ja oder Nein geben. Meine ehrliche Einschätzung ist leider, dass das Ding in die Hose geht. Dass das ein Schuss in den Ofen wird, meine Damen und Herren. Aber nochmal, wir gucken weiter. Wie gesagt, nehmt euch einen ordentlichen Schluck Wasser. Hallo. Ähm, ich bin Ariane, ich komme aus Bonn und bin 18 Jahre alt. Aus Bonn, direkt hier aus meiner Nähe. Sexy bist du, ja? Oder wie ist's? Nee, achso, ja, auf den Schweißbändern. Naja, steht das zumindest. Hä? Das steht hier, also. Ja. Und was hast du in deiner Tasche? Wichtigen Sachen, die ich immer so mitnehme für unterwegs zum Lesen. Internet für aktive Senioren. Ey, die sind aber auch fies da im Schnitt, ja? Also die suchen sich da wieder raus. Dieter Bohl nichts als die Wahrheit und die heilende Kraft des Singens. Aber wieso? Ey, die haben sogar darunter diese Tüte sogar genommen. Aber wieso schleppt sie jetzt diese Tüte mit rein, ins Studio, zum Singen? Lass sie doch kurz draußen stehen. Was möchtest du denn singen? Also ich singe heute von Evanescence Bring Me To Life. Das ist richtig schwer. Vor allem das lebt ja auch von der Melodie, dieser Song. Das zu singen, Bring Me To... Ich will's jetzt nicht vorsingen, Freunde, für die, die es nicht kennen. Aber ihr kennt's, also es ist ein sehr bekannter Song. Jaja, das ist Dieters Reaktion. Das ist also... Viel Erfolg. Soll ich jetzt anfangen, ja? Ja. Okay. Bühne frei. Tief durchatmen. Ich weiß, du bist aufgeregt. Wir sind guter Dinge. Noch war das alles... Noch war das alles einfach voreingenommenes und gelabert und es war eine Vermutung. Jetzt, Ariane, ist dein Moment gekommen. Bühne frei. It's back home. Wake me up. Wake me up inside. Wake me up inside. Call my name and save me from the dark. Nee! Ariane, was machst du? Ich hab an dich geglaubt, Ariane. 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 Mann, das ist ja gar nix. Das ist ja gar nix. Also wirklich. Da können ja Fridolin Löwe und Alpaki-Basser singen, selbst wenn die Hacken stramm sind. Quit my blood to run before I come out. Ariane Pohl, 18. Kellnerin im FKK-Klar... Äh, was? Den Beruf gibt's? Also, wenn ich Ariane einen Job zutrauen würde, dann ist es auch tatsächlich Kellnerin im FKK-Club. FKK-Frei-Körperkultur. Die laufen da nackt, die da. Mit dem Schlingel-Ding-Dong laufen die da rum. Äh, ist... Also, die Kellner da. Aber ist sie auch nackt dann? Ich weiß es nicht. Das ist... Also, jetzt kennt ihr diesen Song, ne? Save me from the dark. Ja, ihr wisst schon. Yeah. Und dann, save me from the nothing I become. Bring me to life. And then you're my... Scheiß. Ei, nein! Es wird schlimmer und schlimmer und schlimmer. Wir hatten am Anfang... Okay, also musikalisch gar nichts. Da wird nichts getroffen. Die Lyrics sind auch nicht ganz richtig gesungen. Gar nicht im Takt. Kein Gefühl für, ähm, auch die Schnelligkeit ETC. Und jetzt kommt noch... Also, jetzt vergisst sie auch noch den Text. Ariane, was ist da los? Ja. Was? Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Ich hab's nicht. Hey. Weil... Ist nicht schlimm, Ariane. Ist nicht schlimm, dass dir der Songtext jetzt nicht mehr einfällt, weil das Ding ist eh vorbei. Das ist ein ganz klares Nein, meine Damen und Herren, ne? Hell. Scheiße, ich konnte das... Hä? Fertig? Ja. Fertig? Ja. Ei, 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 ei. Das war's? War das jetzt ein Prank oder so? Oder war das jetzt dein Auftritt? Ariane. Die Katastrophe des Tages hier. Ja, warum nicht? Wie, warum nicht? Ich hab Freunde und wenn die auf dem Oktoberfest sind und dann neben das Bierzelt kotzen oder so, ist das echt rhythmischer als das, was du hier bringst. Was? Was ist das für ein Vergleich? Ich hab Freunde, die... Ja, okay. Ja, also rhythmisch war da wirklich nicht viel rauszuholen. Also, oi, oi, oi. Das hat mir schon jeder gesagt, von daher. Nix Neues. Was, Bruder? Hä, was? Dass sie nicht singen kann? Dass sie keinen Rhythmus hat? Wieso gehst du denn zu DSDS? Klar, nicht alle haben Ahnung von Musik und vielleicht kann der eine auch eine andere Meinung haben als der andere. Aber wenn durchweg alle der Meinung sind, dass du kein Rhythmusgefühl hast, dass du nicht singen kannst, wieso machst du es dann? Wieso gehst du zu DSDS? Wieso zerstörst du meine Ohren so? Weißt du, ich mach mir ja auch immer schon langsam Sorgen um mich selber, weißt du? Mhm. Bach ist tot, Beethoven ist tot, Mozart ist tot und mir geht's auch schon scheiße. Ja, okay, Dieter, aber du musst dich jetzt nicht mit Bach, Beethoven und den großen Künstlern vergleichen, ja? Ich glaube, da bist du nicht. Das geht eigentlich auf die Psyche, oder? Ja, ja. Glaubst du denn wirklich, dass du singen kannst? Ja. Ganze Folgen übrigens von DSDS, seht ihr auf RTL Plus, ne? Also das heißt, nein, nein, nein. Nee. Auch von mir ein viertes Nein. Also sie glaubt, also was war das? Sie hat auch nicht mit denen geredet, sich jetzt nochmal eingesetzt. Ariane, das war eine ganz, ganz miese Nummer. Danke. Tschüss. Danke. Schönen Weg nach Hause. Du bist so heiß wie ein Vulkan. Warum hat sie jetzt die Tasche dabei? Naja, was soll ich, man kann, kann ja nicht jeder weiterkommen, ne? Wenn's mit Singen nicht klappt, versuch ich's mit Tanzen. Versuchen. Ja, aber Ariane, es soll ja nicht jeder zu DSDS gehen, nicht 80 Millionen Leute, alle, die in Deutschland leben. Und dann werden die ausgewählt. Nein, man geht dahin, wenn man bereits singen kann. Jetzt versuchst du's mit Tanzen. Ja, aber vielleicht sollst du in den Tanzwettbewerben gehen, oder so, wenn du es auch kannst. Und nicht einfach probieren und dann wieder, äh, äh, also wirklich Ohrfeigen der Kritik bekommen. Also das ist ja, also, also mit Gesang hat es gar nicht, also ich will mich jetzt nicht weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaub, da kann El Maggi sogar besser singen, ja? Der nächste Auf-, äh, Kandidat, das ist, Freunde, das ist Cosimo. Das ist Cosimo aus dem Dschungelcamp. Der war jetzt, der hat letztens bei Dschungelcamp mitgemacht. Der hat's tatsächlich geschafft, im TV irgendwie zu bleiben. Mehr oder weniger bekannt, mehr oder weniger Y oder Z-Promi. Aber, Freunde, der war hier tatsächlich beim Casting bei DSDS, das wusste ich nicht. Was fabriziert der jetzt da als Auftritt? Da bin ich mal gespannt. Also ich bin Cosimo, ich komm aus Stuttgart. Was geht Cosimo? Ich bin hergekommen, weil ich Superstar werden möchte. Ja, Superstar. Also du bist ja erstmal ein Casting, Kollege. Komm erst mal eine Runde weiter. Und dann können wir weiterreden, ja? Ja. Also, ich, ich, also Cosimo, eine totale Flachpfeife, glaub ich. Ich weiß nicht mal, ob er in die nächste Runde kommt. Aber gucken wir einfach mal. Vielleicht kann er singen, ich weiß es gar nicht. Ich bin meinen Träumen schon immer nah gewesen. Nur es war noch nie der Knackpunkt, wo man den Cosimo einfach eine gewisse, äh, Bevorzichtigung gibt. Eine Bevorzichtigung. Wann hast du Geburtstag? Ich schenke dir als Geburtstagsgeschenk einen Duden. Wie sagt man das? Oh Mann, warte. Warte. Wie sagt man das, wenn ein Mensch, ähm... Oh Mann. Ja, wenn ein Mensch, äh... Oh Mann. Scheiße. Cosimo, was willst du uns mitteilen? Minion, was willst du mir sagen? Ich bin ganz zur Ruhe. Ja, wenn ein Mensch zum Beispiel, äh, bin ich ein bisschen blackout, ganz kurz. Okay, ich bin Cosimo, ich komme aus Stuttgart. Ich habe eine bestimmte Aufgabe, mein Leben zu erfüllen. Und meine Aufgabe ist, äh, einfach gut drauf zu sein. Bei uns in Stuttgart sagen wir mal gut rufen. Gut rufen. Come on. Shake the cooler. DSTS war für mich vom ersten Moment ein... Oh nein, da im Hintergrund steht ja auch Menderes. Großes Experiment. Da muss man schon ein gewisses Selbstbewusst haben, dass man vor Dieter Bull auftreten kann. Ich habe das Selbstbewusst, ja. Also... Menderes, das machst du da. Nur weil die Kamera auf dich... Du kannst auch gerne, wenn die Kamera auf dich filmt, mal cool weggucken oder so. Oder den Songtext nochmal durchgehen oder so. Du musst jetzt nicht alle drei Sekunden irgendeine Grimasse ziehen. Wenn ich vor der Jury bin, werde ich auch mein volles Talent zeigen, was mein Herz in Erfüllung bringt. Das war ein sehr, sehr tief... Also das hätte auch von Goethe höchstpersönlich kommen können. Ähm, das war sehr tief gegen Cosimo. Ist, glaube ich, nicht die hellste Kerze auf der Torte. Vielleicht ein sicherlich sympathischer Mensch, aber definitiv nicht die hellste Kerze auf der Torte, meine Damen und Herren. No. Nicht, das andere war keiner zu Hause. Was? Wegen dem Ton, wie laut darf es sein, oder? Dass du dich wohlfühlst. Kein Problem, also ich fühle mich immer wohl. Perfekt. Also er hat seinen eigenen Subwoofer mitgenommen. Ähm, ja. Und das aus. Seinen eigenen Ghetto Blaster, meine ich, ja? Okay, ich bin Cosimo und bin 25 Jahre alt und bin hergekommen, weil ich euch zeigen möchte, dass ich singen kann. Ja, okay. Wenn es ein bisschen anders sich anhört, wie ihr euch das immer vorstellt. Okay. Was hat er vor? Was, Cosimo, was wickelst du da mit dem Hintern? Ich, ich, also das wirkt jetzt gar nicht so schlecht. Vielleicht hat er eine gute Performance und deswegen hat er es auch noch bis heute im Trash-TV geschafft und war noch so im Dschungelcamp. Äh, weil er weitergekommen ist. Vielleicht kommt er auch weiter. Ich weiß es nicht. Hat den, hat Liak jetzt zugemacht, den, den Subwoofer? Er macht die Welle. Er macht 18 Mal die Welle. Oh, sorry. Ja, er, er so. Das ist jetzt der Auftritt. Ey, wir sind hier bei DSDS. Nicht-Super-Talent, auch nicht bei Let's Dance. Wir sind hier in Elmagis Talent Show bei DSDS. Also, wo, ey, könntest du bitte jetzt singen, Cosimo? Wir haben heute, wie gesagt, noch Termine. Ich bin ein bisschen nervös nur, sonst ist alles okay. Aber was? Du hast doch noch nicht mal angefangen zu singen. Schon direkt Blackout, nervös. Hat's ja, wir sind Stärke. Ja. Er so, er lacht. Er feiert seinen Auftritt. Ist das selbst geschrieben oder gibt es den Song? Ich denke mal selbst geschrieben, so Checker vom Neckar. Äh, der Checker, kommt, der Spruch von ihm, ne? Checker vom Neckar, das hab ich schon mal gehört. Das kommt, glaub ich, von Cosimo. Also, selbst geschriebener Song haut mich jetzt nicht so um. Es ist nicht mal gut gerappt. Weiter, Cosimo, weiter. Ey, Schnucki. Schnucki. Cosimo, was ist das für ein Auftritt? Das waren drei Verse. Ansonsten nur ein bisschen rumgezappelt. Cosimo. Willst du mal von vorne anfangen? Von vorne? Also, meiner Meinung nach, äh, direkt, also direkt Abflug. Das muss ich mir nicht weitergeben, meine Damen und Herren. Ich weiß, Rap ist halt nicht euer Ding. Ja, wenn er gut gemacht wird. Rap ist nicht euer Ding, ja, aber, also, es kam auch schon ein Rapper bei DSDS weiter. Also, wenn der Rap gut ist, dann kann auch ein Rapper weiterkommen, aber das ist halt nicht gut. Das ist nicht unser Ding, du hast doch die abgelostet. Ja, stimmt. Du, der Rap ist nicht dein Ding, Digga. Du hast doch hier nicht performt. Ja. Mensch, du kriegst ja nicht mal vier Zeilen hin und brichst dann schon zusammen. Ja. Das kann aber auch daran liegen, dass dir einfach ein paar Gene fehlen. Pagene? Ich könnte das noch beweisen, ich die Chance kriegen könnte. Dieses Gelaber kann ich nicht mehr hören. Ich will, ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe. Nein, ich bettel ja nicht, dass ich die Chance will. Also, ich komme her, weil ich versuche, meine ehrliche Meinung von euch zu kriegen, ob ich es weiter schaffen könnte oder nicht. Und die kriegst du jetzt. Natürlich. Genau. Und jetzt, weißt du, ein Nein, zwei Nein, drei Nein. Okay. Vier mal Nein, Cosimo. Feierabend. Ey, kein Problem, ich lebe damit. Und wir wünschen dir auch alles Gute auf deinem Weg. Okay. Dankeschön, Herr Bull. Tschüss. Ich habe was für euch mitgebracht. Was geliebte? Kannst du mal gerne anhören, ich weiß... Originell? So, das wird nicht deine Musik sein, aber es ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen eigenartig. Da bin ich mir absolut sicher, dass es eigenartig ist. Da bin ich mir absolut sicher, dass das Ding eigenartig ist, was ihm Cosimo da in die Hand gedrückt hat. Ja, und ob Dieter Bohlen das jemals in seinen CD-Player eingelegt hat, ist die ganz andere Frage. Ich glaube, da hat er nicht eine Sekunde reingehört. Könnte ich nochmal ein Lied singen? Geht das? Nein. Eine wenigstens. Nein, wir haben doch alle drei Nein gesagt. Ja, okay, gut. Dankeschön nochmal, gell? Alles klar, Cosimo. Vielen Dank. Alright. Es geht einfach Müll, einfach das Teil. Oh nein. Ja, was könnte die mir so als Tipp geben für die Zukunft? Nur noch die Frage. Der, die lasst nicht locker, ne? Ey, zappen du's da jetzt, Cosimo. Abflug, der Bus wartet. Aber nein, die wollen ja noch echt labern, diskutieren, stellt jetzt noch irgendeine Frage. Friseur. Tschüss. Friseur. Ein Tipp geben, Friseur. Sehr selbstbewusst. Oh nein. Haben die ihn dazu gezwungen, oder warum macht der das jetzt an der Wand? Komm da von der Wand weg, Markus Mann. Mein Name ist Markus Grote. Beruflich war ich Animateur auf Major Counting. Und Model? Lass mich raten, Model, weil jeder ist irgendwie Model. Aber komm da jetzt mal von der Wand weg. Von der Pflastersteinwand. Mann. Briechenland. Ich singe in der Disco gerne mit. Er singt in der Disco gerne mit. Das reicht aber nicht. Also, das heißt noch lange nicht, dass du singen kannst, Markus. Das weißt du, ne? Das ist dir bewusst hoffentlich. Ganz schwieriges Gefühl habe ich bei diesem Kandidaten. Kann gut gehen, kann aber auch derbe, derbe, derbe in die Hose gehen. Da habe ich sehr, sehr gemischte Gefühle beim lieben Markus. Das war immer der Knaller. Die Leute sind ausgeflippt. Also, der Dieter Bohlen ist für mich schon eine Messlatte, ja. Mein großer Traum wäre, wenn ich zum Beispiel mit dem Dieter zusammen auch eine Platte aufnehmen könnte. Das sind schon sehr hohe Träume. Also, würde ich mir nochmal überlegen. Also, du bist im Casting. Sag so einen Satz, wenn du in den Motto-Shows bist, ja? In den Finalshows. Oh nein. Dieter, ich finde dich richtig geil und ich freue mich drauf, dich zu treffen. Hallo. Hallo. So, ich bin Markus. Und ja, ich finde Modern Talking richtig geil. Ich habe schon alle CDs von Modern Talking gekauft. Ich muss gleich kotzen. Der kommt da rein und schleimt erstmal bei Dieter. Ja, also, damit bist du noch nicht weiter, Markus. Fang erstmal an zu singen, bevor du jetzt hier rumschleimst. Nö, ich finde es wirklich geil. Schleime. Ja, Schleimer. Wollte ich auch gerade sagen. Ja, und, ähm, bin 22 plus 8 Jahre alt. Boah. Ja, ich mach 22 plus 8. Markus, warum sagst du nicht einfach 30? Da müssen wir nicht jetzt hier noch unnötig rechnen, ja? Die anderen zahlen nicht so gern und... Ist das ein Ernst, oder? Bitte? Ist das gerade ein Ernst? Oder hast du irgendwie Komik studiert oder sowas? Hast du irgendwie Komik studiert? Zieh erstmal die Jacke aus, Markus. Mann. Nein, das ist meine... Das ist ein voller Ernst jetzt. Okay, dann machen wir weiter. Und ja, du hast ein cooles Gotteskreuz. Ja. Finde ich cool. Schön. Zieh mal. Er so... Er so... Ich liebe Modern Talking. Ich bin 22 plus 8 Jahre alt. Ja. Ähm, entweder von NSYNC, I'll Never Stop. Oder von Blue System, von Dieter Dr. Mabuse. Dr. Mabuse noch nie gehört. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob das gut ist, schlecht ist. Ob das leicht ist, schwer ist. Keine Ahnung. Das würde ich mir nochmal überlegen. Also, das würde ich mir auch noch genauestens überlegen. Leute, wir machen kurz die Grüße, wo es weitergeht. Grüße genauestens in diesem Video. An die Magings, an das Kanal mit dir, Arne Lüdemann. An den Kommentaren, New View Bro. Danke auf jeden Fall für deinen Super-Thanks. An Benedikt Reitz. Und den ersten Kommentar im letzten Video hat Brave Edits Official geschrieben. Wenn du mir dieses Video auch grüßt werden willst, schreibe an, oder sei im nächsten Video. Ihr wisst es, der allererste Kommentar. Dafür sind wir noch heute auch Hugo, die Benachrichtigungsglocke. Hugo, überwacht euch alle, dass ihr alle die Glocke aktiviert habt. Falls ihr noch nicht gemacht habt, dann jetzt alle bitte Glocke aktivieren, ja? Ich finde Dr. Mabuse richtig geil. Dann hör jetzt auch mit deinem Dr. Mabuse, Mensch. Wir machen jetzt die NSYNC. NSYNC, okay. Also, bin ich jetzt aber nicht auf die Glocke. Finde ich jetzt auch nicht. The Blue System. 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 Hier, ich kann ihn mal bitte so ein bisschen Ruhe bitten hier. The Blue System. Hieß, bevor er modern talk will, hieß er Blue System? War er vorher bekannt als Blue System? Ich weiß es nicht. Na, lass ihn doch. Nein, ich weiß auch nicht mehr, wie die Nummer geht. Und ich möchte sie auch nicht hören. Gegen den Dieters Willen kann ich noch nicht singen. Egal. Sing jetzt den Song. Sing jetzt. Also. It's alright, it's okay. Okay. Er hat schon angefangen. Da klang schon die ein oder andere Note. Völlig am falschen Platz. Ja, aber, ähm, ja, nochmal. Tief durchatmen, Markus. Bühne frei. Wir sind ganz ohr und völlig unfreingenommen. Let's go, Markus. Also, der Song ist auch, glaube ich, ziemlich bescheiden. Um ehrlich zu sein. Also, der Song ist ziemlich bescheiden. Deswegen schämt sich Dieter jetzt auch so ein bisschen, dass der gesungen wird. Und hat auch keinen Bock auf den Song. Weil der ein bisschen beknackt ist. Aber der ist auch nicht gut gesungen. Also, er ist textlicher, das merkt man. Aber das ist gesungen, also, äh, ne? Das ist Gesang für einen Schrottplatz. Ah, das ist so ein Scooter-Vibe-Song, glaube ich. So ein bisschen schneller, so ein bisschen Trans-mäßig. So wie Scooter. Ich frage mich die ganze Zeit, weißt du, wenn du zu Hause so dir selber vorsingst, wie du das aushältst? Ja. Ne, ja, gut, wenn es heißt, jetzt kann ich ja gehen. Hä? Ja, aber warum machst du denn da mit? Man will doch weiterkommen. Ich habe das Gefühl, dass manche Menschen da hingehen, die haben auch gar keinen Bock. Also, die denken sich so auf, ich gehe da hin, auch wenn ich raus fliege, fliege ich raus. Aber ich würde da nur hingehen, wenn ich auch weiß, yo, ich kann gut singen. Aber ich kann nicht gut singen, ey, Maggi ist jetzt nicht der beste Sänger. Deswegen gehe ich auch nicht zu DSDS. Das ist doch eine ganz einfache Sache. Es gibt sechs Milliarden Menschen, weißt du? Und du musst hier herkommen. Ah, das war's schon. Ne, mach mal bitte aus jetzt hier. Nicht für mich, ne? Also, ich gehe jetzt, mach die Kamera bitte aus. Hey, meint ihr sie ernst? Der redet so lieb? Er so, ne, ne, mach mal aus jetzt hier. Hey, haben die doch da diskutiert? Weil der wirkte gerade noch relativ fröhlich, sympathisch. Warum ist der denn jetzt genervt? Markus, hast du echt gedacht, du kommst mit diesem Auftritt weiter? Hast du gedacht, mit dem Auftritt willst du Herzen für dich gewinnen? Da hast du allerhöchstens geplatzte Trommelfelder, äh, Trommel, äh, Trommel. Da hast du allerhöchstens geplatzte Trommelfeller. Fels. Fälle? Fälle. Ey, manchmal bin ich auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Er hat geplatzte Trommelfell-Fälle. Hallo, bitte aus die Kamera. Ich, komm, sonst hier, das gibst du nicht. Die Kamera ausmachen, bitte. Ey, Moment mal eben, du bist fast bei Deutschland. Ich geh jetzt raus. Komm. Mach die Kamera aus. Ja, aber, wie war's denn? Ich mitte die Kamera aus, mach bitte. Manche Nummer ist mein Stolz und auf manche nicht so. Er sagt jetzt nochmal, er ist nicht so stolz auf diesen Song. Gut. Auf Wiedersehen. Oder ein Talking finde ich geil und, ähm, alles andere ist scheiße. Klartext. Vor der Superstar-Jury stehen, ein einmaliges Erlebnis für die meisten Kandidaten. Einige aber kommen immer wieder. Apropos. Was macht eigentlich Menderes? Oh, nein. Menderes Batschi. Ja, der nächste Auftritt war ja klar, dass wir im nächsten Auftritt Menderes Batschi haben. Ja, ein, ein DSDS-Urgestein. Ja. Er gibt nicht auf. Nee, der versucht es jedes Jahr aufs Neue. Er versucht es immer wieder. Ja. Jetzt zum fünften Mal. Zum fünften Mal. 2005. 6, 7, 8. Du bist ein Terrier, ein Kampfterrier. Oh, nein, wie er da noch aussieht. Auch viel dicker. Der macht echt krasse Veränderungen durch. Du schwörst mir, dass du nie wieder singst in deinem Leben, wenn du in den Recall kommst. Ist okay, ja. Ist okay. Stimmt, wir haben dir in den Recall gelassen. Tut mir leid. Gib mir zu Hause zurück. Er kann da nicht gar nicht singen. Die haben einfach nur in den Recall gelassen, weil die eine Wette hatten. Ey, wenn du aufhörst zu singen, dann kommst du in den Recall. Der ist nicht tot zu kriegen. Sie versteckt in den Recall-Blättern. Mir ist egal, was die Leute denken. Das ist mein Traum. Ich kämpfe dafür. Er war echt auf der größten Bühne 2007. Ich singe jetzt was von Michael Schicks. Ich bin wieder da, um endlich Superstar zu werden. Nein. Guten Tag. Wie sieht der aus? Hallo, Dieter Bohlen. Ja, ja. Wie geht's dir? Dieter Bohlen, wie geht's dir? Wie er so vor und nach nahm und dann duzt. Ich will nix von Michael Jackson hören. Ja, also ich wollte sowas von Seve Neido singen. Ja, also nicht von dieser Welt heißt das Lied, okay? Ich finde die Nummer so hübsch. Na, ist egal. Komm, mach's kaputt. Ich finde die Nummer so hübsch. Ja, komm, mach's kaputt. So viele Nächte lag ich wach. Meine Augen ruht vom Weinen schwach. Mänderis, nein. Es reicht doch immer noch nicht. Er hat sich auch nie gebessert über die Jahre. Also ich meine, selbst wenn, selbst wenn er halbwegs gut singen könnte, aber die Stimme, der hat so ne... Ja, okay, wie heißt sie, Jan, die lag zum Beispiel auch ne Quarkstimme. Man kann es auch mit ner Quarkstimme schaffen, aber die ist irgendwie so hellquarkig. Also ich könnte niemals ein Lied von dem hören. Selbst wenn er singen könnte. Kann er aber auch nicht. Ja, Mänderis ist wirklich eigentlich besser, wenn du dir das erst fernbleibst. Was soll ich suchen, das mich stützt? Wo ist der Mensch, der mich beschützt? Oh, sie ist nicht von dieser Welt. Die Liebe, die... Und das findest du gut? Also ich hab das ja... Ich denke, ich hoffe, ich... Was hat er mit Gesang? Ich denke, ich hoffe, ich glaube. Mal genau so viel zu tun. Wenn das, bist du immer noch der Überzeugung, dass du singen kannst? Ja. Warum? Ich wollte nur was anderes singen. I used to sing that I could not go on. Oh nee. And love was not wichtig. Ich muss mich nicht anhören. Na, ich muss mal ein Päuschen machen jetzt. Ich wünsche euch viel Spaß. Der geht raus. Okay. Der DSDS-Song. Ich glaube, es wurde im Casting bei DSDS in der gesamten Geschichte kein Song häufiger gesungen, glaube ich, als R. Kelly, I Believe I Can Fly. I think about it every night and day, spread my wings and fly away, I believe I can fly, I believe I can fly. Also ganz ehrlich jetzt. Ja. Du bist ein bisschen besser geworden. Wie er sich freut Er lacht ihm aufs ganze Gesicht Ja Ich meine das Das meine ich echt ernst Ist er vielleicht wirklich Also das I believe I can fly Hat er mit relativ viel Gefühl gesungen Weil es halt wahrscheinlich In seinem Leben schon 100.000 Mal gesungen hat I believe I can fly Hätte ich ohne Text erkannt I believe I can fly Hätte ich erkannt Aber ohne Text Also er meint so rein von der Melodie Von der Melodik und so Vom Rhythmus Und wenn es so weiter geht In ca. 6.000 bis 7.000 Jahren Hast du das Eine Chance vielleicht wirklich auf den Rekord In 6.000 bis 7.000 Jahren Männerist du weißt hoffentlich Dass du nicht 6.000 bis 7.000 Jahre lebst Das ist dir hoffentlich bewusst Aber du hast ja noch ein anderes Problem Wenn du irgendwann in 6.000 oder 7.000 Jahren Die Töne wirklich super triffst Dann hast du ja immer noch Diese beschissene Eunuchenstimme da Ja Die muss ja auch noch raus Ja Weißt du wenn hier Bär ist ja nicht da Aber wenn ich das In den Waffeleisen hau Dann kommen da solche Töne raus Ja Jetzt schmeißt du dich schon mit Sachen nach mir Nein ich mein Wenn ich jetzt in Recall Komm Nein Auf jeden Fall Nein Ich hab gesagt in 6.000 Menderis Von Recall bist du weinweit entfernt Er so Wenn ich nicht in Recall kommen kann Menderis Der hat drei Wörter gesunken Redet von Recall Menderis Das reicht nicht 1.000 Jahre Hallo Oh nee Jetzt kommt die Recall Diskussion Ich dachte das war ein Kerl Nein Das war in den 6.000 Jahren Das war ernst Ui traurig Das Leben ist manchmal ungerecht Weißt du Jimmy Hendricks ist tot John Lennon ist tot Weil eine 1.000 Leute In Heino lebt Das ist sau ungerecht Aber kann man nichts machen So ist das Leben Der ist richtig traurig Der ist richtig Du kriegst jetzt auch hier Auftrittsverbot Ja Also ich spreche jetzt Das offizielle Auftrittsverbot Für DSDS aus Nächstes Jahr stehst du hier nicht Das schwöre ich dir Mensch und ich weiß nicht Wie man dir das noch klarer machen soll Du schaffst das anscheinend Tschüss Auf Wiedersehen Ciao Menderis Das langt nicht Mein Lieber Ich wollte mich nochmal Verabschieden Also Kämpft er gerade Wirklich mit den Tränen Weil ich meine Mit was hat er denn gerechnet Menderis Hast du echt gerechnet Dass du eine Chance hast Warum bist du denn traurig Menderis Du weißt doch Dass du nicht der beste Sänger bist Gut Viel Glück Okay danke Kannst du gebrauchen Okay Naja Okay Ciao 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 Diese traurige Musik Ich dachte diesmal hab ich Gute Chance NDRS Na klar Menderis Gefühle zu zeigen Zeigt auch Stärke Also das ist völlig okay Dass du jetzt mal weinst Ich frag mich nur Ob du echt gedacht hast Dass du weiterkommst Menderis Weil eigentlich hast du jetzt schon Das ist dein fünftes Mal Nein An den einmal kam ein Recall Aber Menderis Das wird nichts mehr Freunde wir hatten bisher Vier Neins Vielleicht kann uns der letzte Auftritt am heutigen Tag Ein Jahr bescheren Ja Alle Hoffnung fällt auf Ihr wisst Ich brauche Für meinen Amt Für meine Laune Damit das Video auch irgendwie gut wird Brauche ich immer persönlich Und den Kandidaten halt den Jahr kriegt Der einfach gut ist Am besten wo ich Gänsehaut bekomme Wo ich Glücksgefühle habe Vielleicht wird es jetzt unser Fünfter Kandidat Bühne frei Für Michael Ich bin der Michael Und beruflich Führe ich im Moment Den Beruf Metzger auf Metzger Metzger Ist ein Ist bekannter für dieser Beruf Dass das gute Sänger Also viele Metzger sind gute Sänger Aber die Beim Metzgern halt singen Ja Ich geb's auf Also Wirklich Wie gesagt Ich will unvoreingenommen sein Aber dass Michael Hier ein Abreiß ist Das ist bezweiflich Das sag ich euch ganz ehrlich Das ist bezweiflich Das Metzger Kann man dann halt auch sehen Wo das Fleisch herkommt Wie es verarbeitet wird Wozu es verarbeitet wird Ist schon interessant Ist ja der Beruf Michael was versuchst du da Was Ist das Also wenn Dann macht man ja eher so Anstatt so Und ähm Also Das ist jetzt auch nichts zum angeben Michael Mach mal den Kragen bitte runter Bei bestem Willen Trag das Hemd gerne Wenn du willst Aber mach doch bitte den Kragen runter Danke Wenn ich auf der Bühne stehe Dann gehe ich mega ab Ey vielleicht macht er da gute Stimmung Es sind auch schon bei DSDS Leute weitergekommen Die einfach Eine geile Aura hatten Gute Stimmung gemacht haben Ja Und es gesanglich halt auch Okay war Ja Haben sie auch Also vielleicht überzeugt mich Von anderen Attributen Ja Ich werde alles geben Und noch viel mehr Ich werde der neue Superstar Hallo Das ist bezweifle ich aber Ich bin der Mischa Ich bin 21 Jahre alt Vom Beruf 21 Krass Ich hätte gedacht Er wird es ein bisschen Ey was ist das für ein Gürtel Ist das eine Batman Schnalle Das sieht aus wie das Batman Symbol Aber ich weiß noch Ich kann noch nicht sehen Was da drinnen steht G.P. Barr Äh bin ich zur Zeit Metzger Ja und Ich wollte euch heute mal Äh was performen Das geht so nie So sieht einfach kein Superstar aus Komm Michael Komm bringen wir es hinter uns los Von Raymond Supergirl Oh nein Super ist ein schöner Song Schöner Song Hab ich gerne Höre ich gerne Hab ich in schönen Momenten gehört Im Urlaub So Michael mach jetzt bitte nicht Meine ganze Nostalgie Meine schöne Erinnerung kaputt Ja indem du diesen Song Komplett durch den Dreck ziehst Okay And then she say Bitte nicht Michael Bitte Hey It's okay I got lost On the way But I'm a supergirl And supergirl Just fly Ich hab hier echt gedacht Wir kriegen nochmal einen guten In dieser heutigen Ausgabe Dass wir nochmal wirklich Einen guten Song hinkriegen Aber das ist Vergebens Das kriegen wir nicht Das ist Es ist sogar eigentlich Noch unterirdischer als alle davor Fand ich Das ist mit der schlechteste eigentlich And then she say It's all right I got home Let us night But I'm a supergirl And supergirl Just fly Micha Wie sagen wir es dir am besten jetzt Zu deiner rechten ist die Tür Micha Wenn ich auf der Bühne stehe Dann geh ich mega ab Dann gehst du mega ab Du bist krank abgegangen Also wir konnten uns fast alle Gar nicht mehr halten Micha Das verlangt nicht Du bist doch so ein bisschen dröselig So ein bisschen Du stehst ja wie eine Schlaftablette Genau Ja Der kommt da hin So irgendwie Eine Schlaftablette einfach So singst du auch Hat seine Füße nicht Seine Fuhlstelle Nicht einmal Im ganzen Auftritt Bewegt Guck mal Die Leute die denken Das Bild steht Das ist ein Standbild Oh mein Gott Wir sagen einfach Genau das gleiche die ganze Zeit Ja das sag ich auch Du bewegst dich gar nicht Doch jetzt hast du gezwinkert So kann kein Mensch singen Was zum Teufel reitet dich hierher zu kommen Und was vorzusingen Also du sitzt jetzt seit Wahrscheinlich 17 Jahren Ohne Sonne da Merkt sich, dass du picken lässt Jetzt mal ehrlich Also ich meine Dein Styleberater ist seit 15 Jahren Im Dauerurlaub Und dann kommt es hierher und sagt Wir werten hier nicht die Fashion Oder das Outfit Ja Nee lass mal echt Okay eine Frage Darf ich mit dir ein Foto machen Dieter Ja Der fliegt da Der fliegt da hochkant Der fliegt da eiskalt raus Will erstmal ein Foto machen Ich glaube der ist da hingekommen Einfach ein Foto mit Dieter Bohlen zu kriegen Ja Der ist da nicht hingegangen Um vorzusingen Oder weiterzukommen Der wollte einfach Ihn mal persönlich treffen Und ein Foto machen Ein Foto Das ist super Soll ich euch Darf ich doch Ja ja Und das wäre super Aber immer freundlich gucken Schnapp Schönes Bild 2 MP links oben 2 Megapixel Okay Das waren früher die Handys Leute Dankeschön Zeig mal Bitte schön Hast du denn da für Schweinefotos In deinem Handy Oh nee Alles voll nackte Weiler Sexy Na ja da waren meine Freunde Hallo Guck mal Zeig mal Zeig ihm jetzt Deine ganze Bibliothek Oder was Das sind aber eingefügte Bilder Das sind nicht die Bilder Die auf mir hier Was für 5 Euro Auch für das Foto Du hast doch so viel Geld Tschüss Aber ist höflich und cool geblieben Der diskutiert jetzt nicht Der ist halt rausgeflogen Und er akzeptiert das auch Mein Schwein Das tut mir auch leid Freunde Das war es mit dieser heutigen Ausgabe Von DSDSR Auch der fünfte Kandidat Leider rausgeflogen Absolute Katastrophe heute Wirklich Also da muss ich mich auch gleich Direkt schlafen legen Ähm Ja Lasst gerne ein Abo da Mein Name ist Mats Man nennt mich auch Elmagie Elmargo Wie auch immer Hier unten könnt ihr abonnieren Hier könnt ihr mein Insta auch abchecken Hier seht ihr zwei andere coole Videos Und dann bis morgen Zu einem neuen Video Haut rein Ciao Ciao